Ich bin Luley Deckert, ich bin 46 Jahre alt, ich bin Schauspielerin. Ich bin Romy Deckert, ich bin 22 Jahre alt. Also wir sind Mutter und Tochter, aber wir haben halt ein super gutes freundschaftliches Verhältnis und das freut mich halt auch, dass das rüberkommt. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir gehen in diese Richtung Thelma und Louise, ein bisschen Roadtrip-mäßig, zwei Frauen unterwegs, haben Spaß und man kann zeigen, was in einem steckt, wer man ist, dass man eine starke Frau ist, dass man eine Persönlichkeit ist, dass man nicht irgendwie so ein Mäuschen ist, sondern es ist Empowering Woman auf eine Weise, die Männer anspricht, sagen wir mal so.